wie hau meine lieben reis verkäufer und damit ein herzliches willkommen zu einem weiteren broads das video freunde wir sind mittlerweile bei fast 800 wins ja wir haben eliminierung gespielt den neuen brawler beziehungsweise ich habe rt das erste mal gespielt von 0 auf 500 ist eigentlich ziemlich solide der brawler ich zeige euch hier mal meine brawler aktuell und ja wir haben noch sehr viele gute brawler noch nicht gespielt und wir werden aber diesmal brawler spielen eliminierung dauert viel zu lange ihr könnt wie gesagt gerne in kommentaren schreiben welche brawler ihr sehen wollt im nächsten video ansonsten freunde ganz wichtig lasst unbedingt einen daumen nach oben für diese krasse aktion ihr wisst ich habe über 200 stunden lang meine brawler runter getroppt extra dafür und das wird sich hoffentlich lohnen und wenn ihr noch nicht abonniert habt und keine weiteren videos verpassen wollt ich werde alle 100 wins ein video drehen jeden tag kommt ein video check das unbedingt ab würde mich sehr freuen lasst ein abo da aktiviert die glocke leute zeigt ein bisschen support und liebe ansonsten würde ich sagen schnack nicht lange ankart video auch ganz entspannt die letzten elf games in brawl ball so freunde let's go ich habe mir überlegt wir spielen jetty genau ach so für die die es noch nicht wissen leute ich gehe jetzt nicht auf also nur auf meine wins meine teammates machen auch bestimmte wins mit ja ich bin jetzt lu jesse ist glaube ich jetzt nicht das beste aber das fokussieren neuer jesse skin kam raus aber der gefällt mir nicht so also ich liebe diesen enden jesse skin sehr nice aber sollte eigentlich entspannt sein ne leute ich habe mich so gefreut auf jesse ihr wisst ja jesse ist einer meiner lieblings brawler ich freue mich so sehr dass ich die wieder spielen kann aber wir haben auch zwei als super carry und wenn du die super hat dann ist auch gg das passt schon unsere kombo ich glaube er will mit spielen auch nicht mehr nicht mehr so zehn wind noch freunde zehn entspannte wins sind der�be genau auch mega gut ich bin anscheinend jesse seite protest da muss ja noch spielen weil ich habe noch ein paar brawler wo ich sage die habe ich noch immer noch nicht gespielt ist zum beispiel wie chester ich muss mal schreiben dass er seite spielen oder wir spielen beide mitte mitte seite so dieser chester löscht uns aus das liebe ich an jesse leute das liebe ich einfach die tür reinschmeißen gedrücken türkischen gg's ja leute so langsam werde ich wieder war mit brotters ich war ja jetzt eineinhalb jahre oder so weg jetzt ungefähr wir haben übrigens tag 4 das hat noch gar nicht in dem video erwähnt am sonntag haben wir angefangen wir jetzt 14.2 18 uhr ich habe vorhin zwei stunden gestreamt ich habe jetzt zwei stunden gestreamt und bürger ist jetzt so um 18 uhr haben wir haben um 17 uhr wann haben wir gestartet 17 uhr 10 glaube ich wir haben jetzt die schwerzeit ungefähr eine stunde und zehn minuten umfasst und wir haben aber nur anfangs nur 40 eliminierung dauert auf jeden fall zu lange ich bin davor raus heute also wie lange wir brauchen für die wins aber diesmal haben wir länger gebraucht weil halt eliminierung 10 kills ja aber robot seht ihr ja selber ich mache ja an cut videos ihr seht das ja geht sehr schnell aber ich glaube ich hätte auch rt spielen können aber wir spielen meistens die map wo unsere brawler gut sind weil ich bin halt der einzige sag ich mal der wirklich alles runter getraut hat bürger hat ich glaube bestimmt zehn oder 15 noch auf 800 gehabt der top der spielt ja nicht und das hat auch noch paar gehabt die ja nicht getraut hat sogar lowi leute lowi also wie viele brawler hattest du nicht getraut ungefähr nur drei fische ja das ist sogar ziemlich gut aber leute ich wollte ja auch anfangen schon bald ne weil hätten hätte ich jetzt gewartet bis sie fertig mit trocken sind dauert es noch mindestens drei vier tage wenn ich überlegen und wir wollten ja auch beginnen aber ich glaube hier war das auch persönlich egal dass du jetzt nicht alles getraut ist oder bürger hat aber auch kein wort zu traut leute also wir schon also ich habe ja auch nicht nur mit denen getraut ich war ja auch on stream und habe zuschauer getraut aber es ist zum beispiel hat ja ist er es im abend nach hause kommt ja normal dass die arbeit und bürger hatte ja immer früher schule aus beziehungsweise wenn ihr schüler seid habt ihr allgemein früher aus und dann hat er halt auch mit uns hat mit mir meistens getraut dann mittags schon wenn ich gespielt habe zehn stunden manchmal waren hat beide nicht da dann habe ich halt alleine getraut deswegen schon crazy schon echt crazy hast du dass du gesteben hast ich kann jetzt besser spielen jetzt spielen wenn ich doppelt möchte viel angenehmer ich habe mich gerade gesagt ich hätte mein töd jetzt verschwendet sogar Ich wollte nicht slowen, weil ich gesehen habe, dass Burger fast ulti hat, aber passt. Passt schon. So, können wir scornen? Nice. Und Ente! Äh, die Ente ist OP von Tirk. Jesses Ente ist OP. Wie gesagt, ähm, heute kann der Skin, wir haben den 14.2., heute kann der Skin von Jessy, der neue Skin, den habe ich auch gekauft, aber ich glaube, ich fühle den nicht so sehr wie den Ente, Jessy. Du hast ihn auch gekauft, du hast es? Okay, ja. Aber schon teuer, ne, 29 Jams. Hab ich dir gekauft, ne? Muss ich schon wieder aufklafen. Ja, hab ich es besser gekauft, Chad. Das ist jetzt ein Meme, Leute. Ich habe die eine Million Dämpfe carry. Wobei, ich weiß gar nicht, ob... Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob man nicht so gut hört, weil du hast jetzt ein anderes Mikrofon reingesteckt. Habe ich gar nicht gecheckt, aber ich hoffe, wenn man hört. Ich weiß gar nicht, ob man hört, warum man hört. Ich weiß gar nicht, ob man hört, warum ich das nicht so gutt. Also, wenn man hört, wenn ich das nicht so gut fühle, war. Was ist das? Was ist das? Du hast es gut, das nicht so gut gefällt. 2 oder die gegner ein bisschen mehr rein weiß gar nicht warum wir so strangen wo ist noch freunde dann haben wir die 800 wins ich glaube das ist eigentlich jetzt schon ein welcher dass wir die 800 oder aber ich glaube viele von euch also jetzt die leute die 3400 schreiben die belieben nicht aber die leute die echt so 23.000 schreiben ihr seid die waren beliebers und die leute die jeden tag meine videos angucken und jedes video die winstry angucken kuss an euch dafür tue ich das ja auch dafür tue ich das auch ich habe wie gesagt so viel ihr wisst ja wie viel ich gespielt habe und getraut ich habe ja auch oft mindestens doppelt so viel getraut das ist ja nicht so dass ich nur und stream getraut habe oft hier habe ich ja mindestens genauso viel getraut es ist auch sehr überraschend dass ich mit bürger macht weil bürger ist eigentlich leute also jetzt nichts gegen bürger bürger ist eigentlich nur normaler zuschauer von mir also wende und er hat dann einfach nur geholfen zu droppen und einige von euch im chat haben sagt er ist ziemlich gut und jetzt spielen einfach so keine ahnung das war ja eigentlich noch gar nicht mal geplant mit zwister war auf jeden fall geplant aber mit den anderen also jetzt mit bürger oder so war jetzt nicht unbedingt geplant aber er spielt gut er macht seinen job freut mich auf jeden fall und sein gegönnt die eine million jams sowohl als auch die winstry vielleicht sollte ich mal ein bisschen konzentrieren aber sollte ein tor sein nicht gut aber okay ich kann jetzt da durch okay Nein, Leute, Hashtag Ente in den Kommentaren. Ente OP. Hashtag Ente OP in den Kommentaren. 3 Winster. 13, 26, 70, 80, 90. Oh, ja, dann ist Spurk auch fertig. 13, 16, 29, 60, 70, 80 noch. Ja, ja, Burgers. Dann hat Burgers seinen Loo auf 500. Oh, diesen StuSkin, übrigens, den kann man gar nicht mehr kaufen. Den wollte ich auch, aber egal. Ja, Weihnachten. Oh, die sind nicht. Oh, das ist ja noch. Oh, das ist ja noch nicht. Ja, ich bin. Okay, das ist ja ganz schön. ist leute ente die ente regel jetzt habe ich bock mit er auf ente ist das mal ente gegessen mit reis oder so mit und das ist das voll gut los voll gut gegen trippetig das ist auch wenn ich mit bauten kann geil also aussehen geschossen Bro, der hat 1.000.000 Leben, warte. Yes, 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 let's go. Junge, diese Songs, Hypercharge von euch beiden, nur ich habe keinen Hypercharge. Hatte Börer keinen Schuss. Oh, es ist ein bisschen aufnehmen noch. Es ist ein bisschen auf, Freunde. Leute, was ihr tun könnt, ist, lasst ein Like, da lasst ein Abo da und drückt mir die Daumen, dass wir die nächsten Tage auch gewinnen. Das Video kommt zwar erst ein paar Tage später, weil ich lade immer jeden Tag eins, immer in hunderter Schritten. Aber, die mentale Unterstützung hilft, Leute. Let's go, let's go, let's go. Last Game für die 800. Yay. Let's go. Oh, den Affen. So, oh, nice, getroffen. Warte, ihr schießt hoch. Warte, warte, lass mich holen. Ah, nee, ich habe mir einen Schuss gegeben. Äh, er hat mir einen Schuss gegeben. For free. Ich wollte eigentlich meinen, einen Schuss noch meine Ente laden. Ja, okay, die Lola hat auch aufgewählt. Aber ja, Leute, man muss auch sagen, wir sind, ne, maxed alle. Sehr geil, let's go, Leute. GG's in den Kommentaren, Leute. GG's. Und damit haben wir die 800 Wins, Freunde. Einfach, ich weiß nicht, was ihr da zu sagen sollen. Wir machen einen Screenshot. Falls wir es brauchen, ähm, genau. Genau. Erstmal Screenshot machen, falls wir es brauchen, fürs Farmen oder für irgendwas anderes. Falls ihr wisst, was zu tun ist, lasst ein Abo da, lasst ein Like da, ne, schreibt ein Kommentar. Und, ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zu den nächsten 100 Wins.